Ich bin der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Stuttgart. Wir sind heute hier mit unserem lieben Heinrich. Und zwar geht es darum, wie bestimmt alle schon mitbekommen haben, ist unsere Website neu gemacht worden und daran haben sich viele Personen beteiligt. Und um uns da ein bisschen dankbar zu zeigen, verlosen wir heute Preise unter allen Teilnehmern. Die stelle ich jetzt noch kurz vor, damit auch alle wissen, um was es geht. Der erste Preis, ganz besonders, ein selbstgekochtes Essen hier in der Geschäftsstelle. Der zweite Preis, mindestens genauso spannend, eine kostenlose Teilnahme an einem unserer Seminare zum Politikmanagement. Dann gibt es noch viele andere Preise. Zum einen unsere Postkartensammlung zu Frauen aus Baden-Württemberg. Eine CD mit Texten von Heinrich Böll. Bilder einer sehr spannenden Ausstellung zu Frauen aus Georgien. Die historische Darstellung, wie weit flog die Tomate. Und zu guter Letzt, aber nicht zu vergessen, Flucht und Asyl in Baden-Württemberg. So, jetzt wissen wir, um was es geht. Jetzt geht es an die Gewinner. Ich ziehe jetzt die zwei Hauptpreise. Und zwar das Essen in der Heinrich-Böll-Stiftung in Stuttgart hat gewonnen. Die E-Mail-Anse. So, unser Politikmanagement-Seminar gewinnt... W-E-S-T-G-E-N-A-K-O-F-D-E. Super. So, jetzt sind unsere Gewinner gezogen. Und dann freuen wir uns, euch kennenzulernen. Tschüss.